mein leute und willkommen zu einem weiteren video von mir ja in dem video geht es um einen weiteren rate entschuldigung dass ich wusste aber ich habe irgendwie über die nacht verdammt viel husten bekommen also lasst euch daran nicht stören ja ich bin stufe 215 das liegt daran dass ich durch quest 14 erreicht habe und tata 114 den 114 land habe ich gelegte habe jetzt die ganzen geschick sachen auch verkauft das liegt daran dass der gelegen ist weil der einfach wirklich irgendwie weiß ich mit 50.000 leben beim kostenlosen versuch überlebt hat und ja das hat mich in rage mode versetzt und dann habe ich den halt weiß ich nach 10 20 versuchen dann auch noch geschafft das hat ziemlich lucky muss ich zugeben aber ja mich freut und jetzt greifen mal kurz ein an noch hier kommen wer vielleicht schaffe ich ihn ja das wird scheiß jetzt schon aus wenn er mich kritisch aber vielleicht konkret hätte ich um was das von das findet er gut ich freu jetzt er hat den nächsten dann schaffe ich im Prinzip nicht das ist ein gegner die voraussetzungen habe ich auf jeden fall dafür weil ich in der vorgeblich bin aber er auch nicht trotzdem noch ziemlich heftig also ja das ist so ein standardversuch ich kriege ein dreiviertel leben dann vielleicht auch ein bisschen mehr aber ganz schaffen tue ich ihn dann nicht ja wie angekündigt kommt hier ist mit 18 sollten eigentlich auch noch kein problem sein red 19 wird dann etwas knapper schätze ich so sollten wir auch schaffen aber dann 20 ist dann so die grenze schätze ich einfach jetzt mal ich bin mir nicht sicher jetzt habe ich das durch klicken ziemlich gut funktioniert der hat eine gitarre sehr geil ich auch gerne dann mit meinem magi auf es 18 hier kommt der endgegner und bin ich auch schon aber sollte denke ich auch kein problem sein ja ich komme wieder nicht dran schätze ich einfach mal du hast sie hat die zweite in 200 epic starb der ist unglaublich geil also glückwunsch dazu ist auch sehr gern die wo säler aber naja soll wohl nicht sein wow heftige kritz und da man sich das liegt an den letzten schlag fast letzter schlag da und ja dann kurz auf s 18 ich darf man wieder ausblenden die dings sollte man ja nicht sehen die ausbau ich bin der einzige mit dem austral stadt auf diesem server wundere mich dass ich noch nicht angegriffen worden bin oder so ähnlich ja hier angreifen kann ich dann nicht sonst hätte ich das gemacht und ja man sieht sich dann in den nächsten videos würde ich überhaupt nicht überlege jetzt gerade ob ich so nicht was vergessen ob zu sagen was ich sagen wollte aber eigentlich ist das nicht der fall ich muss jetzt mal ganz kurz gucken das ist leider ein bisschen bitter hier spawn hat mal robins hut anscheinend aber da war ich wohl nicht grad da und hab das nicht mitbekommen dass man schade deswegen haben jetzt nur einige den hut kommt ja das war es dann auch wieder ich habe 97 prozent genau im sammelalbum und bis dann leute ciao